ja hallo recht herzlich willkommen zu einem neuen video mit mir dem aquapenta aka uli und zwar zum video 137 wie immer jeden freitag 16 uhr bin ich für euch da so auch heute und heute denke ich mir mal mach mal was ganz anderes als geländebau was wir die letzten tage immer oder wochen immer gemacht haben okay das hält alles ein bisschen auf deswegen dauert das mal ein kleines bisschen aber heute gehen wir mal wieder die feinheiten rein und zwar habt ihr es ja gerade gesehen ich baue ein tunnelportal und zwar mit hilfe meines 3d druckers bzw bin ich jetzt hier im hintergrund gerade mit meinem 3d programm nicht wirklich mit meinem 3d programm sondern mit dem 3d druck programm kura unterwegs dort wo ich meine drucker alle schön angepasst habe um das meinen bedürfnissen anzupassen denn dieses modell habe ich mir aus dem internet besorgt das kann ich euch gerne verlinken dazu komme ich vielleicht ein bisschen später im video noch mal zu sprechen und habe mir das natürlich anpassen müssen an meine bedürfnisse ich wollte es erst ähnlich erstellen schnake so ein bisschen die tage durchs internet in den gehubs ich hatte ja zeit ich denke das gefällt dir aber richtig gut weil das so schön plastisch ist bis jetzt hatte ich ja die meisten meiner tunnelportale immer so flach gemacht und ihr wisst ja mit magnete angebracht und so weiter und hier brauchte ich jetzt mal eine alternative für zwei meiner tunneleinfahrten die sich von befinden und die sich links und rechts der anlage befinden zeigt die sehe ich wenn ich von der seite drauf gucke und dadurch ein bisschen plastisch haben wollte natürlich sind tunnelportale normalerweise nicht plastisch ist mir auch klar aber hier habe ich wie so eine art vorbau davor gemacht das heißt dass eben bevor der tiny tunne anfängt noch so ein bisschen wie eine art steinröhre gemauert ist mit diesen türmchen oben drauf ihr habt vielleicht gerade gesehen hier im hintergrund zeige ich euch gerade wie dass mein 3d drucker sich daraus quält weil hier handelt es sich wirklich um viele viele kleine details und ich muss gerade sagen die türmchen oben drauf die habe ich bestimmt zehn mal ausdrucken müssen aber das war nur sechs gramm filament oder sowas also das ist also relativ entspannt alles zu sehen ja ich habe mich ja nicht in kosten gestürzt das ist ja das schöne an den 3d drucker wenn es einem nicht gefällt dann macht man es normal dann passt das ganze ein bisschen an und dann wird es auch ein bisschen hübscher irgendwo so wie man sich das vorstellt natürlich ist es kein gekauftes modell ich will aber nicht sagen dass es schlechter ist auf keinen fall aber es ist individuell das heißt ich habe es anpassen können eben an meine strecke die ich da zur verfügung habe ich bin nicht gezwungen auf irgendwas zurückzugreifen boom dahin und jetzt muss ich den ganzen rest anpassen sondern der rest ist schon da und ich passe mein tunnelportal an und das finde ich persönlich natürlich wesentlich besser als irgendwas von der stange zu kaufen ihr wisst ja vielleicht das meiste bei meiner anlage möchte ich das ist ja das was ich anfang an schon sagen mittlerweile seit über zwei jahren möchte ich jetzt selber bauen bei meiner anlage ich heiße ich möchte mir da gedanken machen wie soll es werden natürlich habe ich mir jetzt hier was geschafft entschuldigung der olle froschenmals macht mich wahnsinnig habe ich seit wochen schon weiter drin hängen und möchte alles natürlich nach meinen bedürfnissen anpassen was nicht bedeutet dass ich komplett nichts kaufen werde aber wer sich gerade erinnert an so meine fabrik sachen und sowas alles das habe ich eben komplett selber alles gemacht ja alles als ein 3d drucker alles schön bemalt bearbeitet ihr seht es auch hier im hintergrund ich war damit noch stelle nicht ganz zufrieden da war eine kleine lücke dazwischen und da wird eben mit plasto weil das passt ganz gut zu filament das ganze aufgearbeitet und natürlich ein bisschen zugeschmiert aber auch habe ich hier drauf obacht gegeben das soll ruhig so aussehen auch wenn man das später nicht sehen wird ich sage es ganz ehrlich das ist ja so klein das ding dass es aussieht als wenn das verbittert ist als wenn das kaputt gegangen ist in der stelle als wenn da vielleicht was abgebröselt ist abgepröckelt ist aber gut das ist ja meine mein 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 ding irgendwo ihr wisst es ja vielleicht das ganze wurde noch ein bisschen abgeschliffen damit zu einer kleinen bastelfeile das macht sich recht gut ich habe es mit unserer schlüssel feine probiert aber die ist zu unflexibel ja da kommst du hast du die ganz kleine spitze da zum feilen und da ist die bastelfeile recht gut und das macht sich das macht sich gut ja ja wie gesagt ich mache das eben alles soweit selber weil mir es eben wesentlich besser gefällt als von der stange ich habe wahnsinnig viele gebäude da mensch du bist das entschuldige ich keine ahnung was halt schon los ist und da kann man nicht ändern und wo war ich jetzt stehen geblieben vergessen was ich sagen will mein gott ist das furchtbar ich arbeite ja völlig ohne plan so wie ich auf meiner anlage ohne plan arbeite arbeite ich hier genauso ohne plan das heißt ich habe was gemacht und ich spreche es nach das was mir gerade dazu einfällt und was ich gerne so sagen möchte was ich alles gerne mitgeben möchte auf dem weg und dann kommt man doch mal wieder zu dem modell wenn man der rest nicht mehr einfällt was ich gerade gebabbelt habe ja ich habe das ganze grundiert ihr seht der surface primer den ich ja links stehen habe die nämlich an letzter zeit öfters ich habe bisher früher mit der sprayflasche von army painter immer gemacht habe mich aber irgendwann mal dazu entschlossen dass das schöner aussieht wenn man das mit diesen surface primer macht der verarbeitet sich irgendwie nicht ich finde das schöner und die ganze sauerei in der werkstatt mit der sprayflasche habe ich auch nicht bemalt das einfach und es soll ja sowieso nicht homogen bemalt sein es soll ja schön fleckig nach fleckig soll es nicht sein aber ihr wisst was ich meine es soll nicht eine einzige farbschicht werden ich will ja kein auto lackieren sondern ich möchte ja was machen was irgendwo in der natur steht was verwittert ist was ein bisschen gelitten hat über die jahre und das versuche ich halt hier hin zu bekommen jetzt mache ich über den primer der doch recht weiß ist wo eigentlich ist er weiß aber er wirkt immer ein bisschen grau war ja dass der druck bei mir immer schwarz ist ich drücke ja ganz gerne in schwarzer farbe kam jetzt graue farbe noch mal drüber aber auch hier nicht gleichmäßig wirklich so dass das immer so ein bisschen naja ungleich ihr wisst was ich meine wenn ich das sage also ein bisschen wild gemalt irgendwo um den ganzen ist krone aufzusetzen habe ich jetzt noch steinfarbe genommen das in dem fall von revel und habe einzelne steile gemalt ich ungefähr ein drittel kann man sagen von meinem ganzen jetzt hier ich habe gerade gelesen was da unten stand deswegen habe ich gerade so von mich hier erzählt um da noch mal eine andere farbnuance reinzugeben er werdet auch später hier sehen das ist nachher kaum noch zu sehen es ist das wirklich wenn man näher herangeht und sagt aha ich verstehe dass man eben paar farben drin hat jetzt habe ich hier so ein dunkelgrün gewählt und dieses dunkelgrün das ist mehr so ein moosgrün oder 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 olivgrün kann man sagen und damit habe ich die bereiche ausgemalt die im schatten liegen sollen und dort ein bisschen so vermoosigung das ist ja mein wort also moos ein bisschen moos anzudeuten ein bisschen irgendwo was anzudeuten dass da was feucht war und dass das halt ein bisschen bewachsen ist und so weiter und so fort also die kanten und oben da unter die steine drunter also wo der schatten halt hin fällt da kommt später sowieso noch ein bisschen schwarz drauf das bleibt nicht ganz so grün wie wir das sehen das soll also kein bewuchs von pflanzen darstellen das kommt erst später wenn das portal mal irgendwo eingebaut ist oder nicht irgendwo wenn es eingebaut ist dann kommt da bewuchs dran vorher nicht auch wenn sie jetzt vielleicht gerade so aussieht jetzt mache ich das mal alles nass damit ich jetzt im anschluss mit der schwarzen wurscht da mal richtig ordentlich drüber kann das heißt die ganzen mauer fugen ich hatte das so liegt machte die hell machte die dunkel aber bei grauen stein und ich mag sie sowieso die schwarzen mauer fugen lieber als die hellen mauer fugen weil das passt unbedingt ganz so in mein thema rein vom steampunk deswegen passt das ganz gut und das durch das wasser läuft das schön in die ritzen von dem mauerwerk rein und jetzt versuche ich natürlich an den stellen wo später dunkel sein soll auch mehr farbe drauf zu geben mehr farbe drauf zu geben damit es eben dort dunkler ist ja das sieht natürlich jetzt wenn es hier so nass ist alles ein bisschen abenteuerlich außerdem gut wenn es geregnet hätte könnte es vielleicht so aussehen aber das trocknet ja alles und es hält unglaublich auf ihr seht das jetzt hier es hat gar nichts mehr damit zu tun wenn man jetzt die seiten sieht sieht man es natürlich dass dadurch die ganz schön ihren dienst getan hat und die seiten muss ich jetzt natürlich auch noch machen erst mal habe ich vorne abtrocknen lassen aber man sieht eben auch dass diese grauen steingrau einzelnen steinchen die ich da bemalt habe das kommt gar nicht mehr so raus ja das ist also tatsächlich wenn man da farbe noch mal so wasch drüber bringt ist das irgendwo alles ja doch gesamt dunkler geworden irgendwie und dadurch ist das natürlich jetzt ein bisschen unauffälliger und das unauffällige mag ich ja sowieso wenn man wirklich dran geht und sagt aha guck mal hier sind helle stellen dazwischen dunkle stellen dazwischen manchmal hat auch die wasch bisschen besser gehaftet ich finde das super gefällt mir persönlich sehr gut ist wieder mal ein objekt was man irgendwo aus der nähe sich angucken könnte deswegen das ist ganz ganz vorne an der anlage ihr werdet später sehen ich glaube ganz zum schluss zeige ich noch mal ein bild wo es zum schluss hinkommt ist es dort zwar noch nicht eingebaut weil da fehlt ja noch jede menge an landschaft was ich ringsum machen muss aber man sieht schon wo es irgendwo hinkommt also ich mache es eben nicht so graue farbe drauf fertig sondern ich möchte es alles schön selbst von hinten guck mal das ist das portal von hinten sieht kein mensch sogar von unten sieht kein mensch weiß wird eingebaut aber ich habe es abnehmbar die meisten werden es von euch wissen ich nehme das ding ja ab also ich habe es irgendwann in der hand und wenn ich irgendwann in der hand halte irgendwann mal ein paar jahren und mir das von hinten angucken sache nee das will ich auch nicht deswegen wird das alles von allen seiten schön mit bemalt jetzt auch selbst von hinten dort wo man es gar nicht sehen könnte da müsste man ja irgendwo in der anlage drinnen sitzen aber warum nicht man kann es da von hinten genauso schön gestalten ich glaube selbst dort werde ich so kleine sachen platzieren meine kiste hinstellen oder irgendwas in der art natürlich kommt da auch preis allein später drauf die sind natürlich jetzt noch gar nicht da dazu muss ich ja erst mal den ganzen bereich da oben die landschaft da ringsum fertig haben damit das irgendwie da so naja drauf kann ja und ja und jetzt kommt noch ein paar eiseheiten jetzt habe ich noch eine grüne wasch das kommt dann unten hin das heißt das mauerwerk von unten ist ein bisschen feuchter geworden und 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 die vielen vielen kleinigkeiten die später wahrscheinlich nie einer sehen wird aber ich bin der meinung das ist wenn man sich eine anlage anguckt das sehe ich auch bei vielen die eine fertige anlage haben von euch es ist ein gesamtbild irgendwo zum schluss und das gesamtbild ist doch was zählt und wer das bedürfnis hat man heranzugehen und zu sagen ich gucke mir das ein bisschen dichter an ich gucke mir das ein bisschen am mehr aus der nähe an kann das gerne machen und hier sehen wir es da kommt es hin da wo ich nämlich jetzt in den letzten tagen gearbeitet habe das ist ja diese abnehmbare ehemalige schwarze stelle und genau da kommt es hin und jetzt sehen wir schon man sieht kaum was ich da gemacht habe aber wer gerne herangehen will kann gerne herangehen finde ich super mir persönlich gefällt macht's schön gut für diese woche wir sehen uns nächsten freitag sechsten uhr sofern ihr wollt bis dahin tschüss euer uli aka aquapentum